Sie sind hier 18. Dezember 2018, 21.52 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Matthias Klachter fuhr mit Adler Mannheim den nächsten Sieg, ein Urheberrecht, Getty Images, die Adler Mannheim stürmen in der Dell weiter von Sieg zu Sieg. Auch die Kölner Haie können den Lauf des Tabellenführers nicht stoppen. Berlin verliert erneut. Die Adler Mannheim haben sich in der deutschen Eishockey-Liga, Dell, ausgewählte Spiele live im TV auf Sport 1, an der Tabellenspitze mit ihrem vierten Sieg in Serie weiter abgesetzt. Der siebenmalige Meister gewann auch das dritte Saisonduell gegen die Kölner Haie und hat nach einem 5 zu 1, 2 zu 0, 1 zu 0, 2 zu 1, Auswärtssieg mit 63 Punkten, einen beruhigenden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Düsseldorfer EG, 55. Tabelle der Dell, Mannheim war einfach schlauer und hat im richtigen Moment die Tore erzielt. Wir nehmen zu viele Strafzeiten, sagte Haie-Stürmer Frederik Tiffels bei Telekom Sport. Berlin geht gegen Nürnberg unter Köln, 48 ist weiter Fünfter, liegt aber nur noch einen Punkt vor den Straubing-Tigers, 47 die 4 zu 1, 2 zu 0, 1 zu 1, 1 zu 0, beim ERC Ingolstadt, 46 gewannen und den Gegner vom sechsten Platz verdrängten, der zur direkten Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale reichen würde. Die Eisbären Berlin, 44, unterlagen den Thomas Sabo Eistigers 2 zu 5, 2 zu 3, 0 zu 1, 0 zu 1, und rutschten auf Rang 9 ab. Gerrit Festerling, 2, Markus Eisenschmidt, 20., Benjamin Smith, 25., Phil Hangerecker, 42., und Chad Kolarik, 53., trafen für Mannheim, Felix Schütz, 46., gelang das einzige KEC-Tor. Die DEG kann am Mittwoch mit einem Sieg über Bremerhaven wieder bis auf 5 Punkte an den Spitzenreiter herankommen. Die DEG Partien vom Dienstag im Stenogramm. Kölner Haie, Adler Mannheim, 1 zu 5, 0 zu 2, 0 zu 1, 1 zu 2, Tore, 0 zu 1, Festerling, 1 Uhr 50, 0 zu 2, Eisenschmidt, 19 Uhr 21, 0 zu 3, Smith, 24 Uhr 28, 0 zu 4, Hangerecker, 41 zu 29, 1 zu 4, Schütz, 45 zu 14, 1 zu 5, Kolarik, 52 zu 21, Zuschauer, 8256. Strafminuten, Köln, 10, Mannheim, 10, Eisbären, Berlin, Nürnberg, Eis, Tigers, 2 zu 5, 2 zu 3, 0 zu 1, 0 zu 1, Tore, 0 zu 1, Pass, 0 Uhr 23, 1 zu 1, Scherpatt, 2 Uhr 42, 1 zu 2, Pfödern, 7 Uhr 24, 1 zu 3, Pfödern, 7 Uhr 55, 2 zu 3, Busch, 14 Uhr 56. 2 zu 4, Burg, 32 zu 31, 2 zu 5, Eckten, 58 zu 58, Zuschauer, 8226, Strafminuten, Berlin, 22, Nürnberg, 2 zu 0, ERC, Ingolstadt, Straubing, Tigers, 1 zu 4, 0 zu 2, 1 zu 1, 0 zu 1, Tore, 0 zu 1, Connelly, 10 Uhr 28, 0 zu 2, Läubel, 18 Uhr 33, 0 zu 3, Hört, 23 Uhr 55, 1 zu 3, Ramoser, 30 zu 29, 1 zu 4, Ziegler, 58 zu 29, Zuschauer, 3.503, Strafminuten, Ingolstadt, 6, Straubing, 6, Krefeld, Pinguine, Schwenninger, Wild Wings, 3 zu 5, 0 zu 2, 2 zu 2, 1 zu 1, Tore, 0 zu 1, Höflin, 11 Uhr 26, 0 zu 2, Holt, 16 Uhr 10, 0 zu 3, Reicht, 32 zu 58, 0 zu 4, Bad Alles, 3 und 30 zu 28, 1 zu 4, Schümeinschi, 6 und 30 zu 39, 2 zu 4, Berglund, 37 zu 18, 3 zu 4, Brukissa, 45 zu 57, 3 zu 5, MCRAE, 59 zu 53, Zuschauer, 2864, Strafminuten, Krefeld 4, Schwenningen 4 von Sportinformationsdien. Untertitelung des ZDF, 2020